Moinsen und willkommen zurück bei Spellfoss 3. So, jetzt sind wir mal hier hoch. Wir haben in der letzten Folge Mulan Deer erreicht. Wir haben gegen Golems gekämpft. Welche Geisterwächter sind da mehrere? Ich vermute, dass die noch eine Rolle spielen werden gegen uns eventuell. Und jetzt werde ich hier hoch und sprechen ab. Da haben wir irgendwas komisches gesehen. Es ist alles verdorrt. Genau, der Kunde da. Braucht ihr was? Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ach komm, einfach Attacke, was soll's. Attacke, Attacke, Attacke. Gar nicht lange Fackeln hier. Schildschlag, gib ihn eine. So, nochmal Feuerblitz daher. Nee, du lieber. So. Tiaras Atem? Was? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es passt in die Beschreibung dieses Bösen, über das der Gottkönig gesprochen hat, oder? Stimmt. Wenn dieses Vieh die Goblins von Zeit zu Zeit in den Höhlen besucht hat, kann ich nachvollziehen, dass sie Angst hatten. Naja, jetzt ist ja alles erklärt. Der war ja ziemlich schnell down. Der war ja überhaupt was abgekriegt, irgendeiner von uns. Er hat ein bisschen scharpe gekriegt. Klingt gut. Aber letztens haben wir ein Level abgehakt, habe ich jetzt völlig übersehen. Ey, wer bist denn du, Alter? Äh, jungen Zweck, weg, weg. Du, Alter, trottelkopp. Weg, 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 weg. Oh, Alter, trottelkopp. Ich würde mal da eine vor sein. Da fällt dann immer um. Wegen Eis, oder was? Ach ja. Okay, ich merke schon. Wegen dem Eis rutscht er andauernd aus. So, Eis-Golem. Jetzt haben wir alle vier Teile, glaube ich, ne? Ah, die Blut. Morgenstern. Weidhändig. Schlecht. Zwergische Langbogen. Topfhelm. Schwange Tante Magieschutzes. Blablabla. Diese ganzen Tränke, ich weiß nicht. Die nutze ich auch bloß einen absoluten Notfall. Ah, schauen wir uns das mal an. So. Können wir da hin teleportieren eigentlich? Ne, können wir nicht. Was doof ist, ey. Jetzt muss ich wieder runter rennen. Da waren wir schon mal. Oh, da ist noch Blut. Ach, da ist doch noch ein Golem. Na, klar. Und go. Ey, was ist er denn? Ach so, der zweite, okay. Braucht ihr was? Hilfe, bitte. Wo wird er weg? Kannst du nicht von weiter hinten rum schießen? Ah ja, hier, guck mal. Du kannst die Steinbarrikade machen. Ich feiere noch. Kommt schon, das ist noch nicht vorbei. Ihr fällt ganz schön oft, wa? Feier golem. Das müsste, hab ich jetzt eigentlich, warte mal. Sichtweite 30%. Ah, scheiß drauf. Da, nee, da, nee, da. Ach so, ah, okay, ich seh schon. Ich dachte, wir müssen wir ein Leben einsammeln, eventuell. Was ist das hier? Hey, das ist noch was. Kurz Bogen. Forma-Passion. Haben wir jetzt eigentlich alles hier erkundet? Hier können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Was soll ich mal sagen? Ja, also laufen wir jetzt mal direkt zurück. Falls wir noch jemand finden sollten. Dann werden wir ja gleich hören. Wenn irgendwo Kampfgeschreie sind. Haben wir hier schon? Ich glaube noch nicht, oder? Doch, 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 doch. Da waren wir schon. Lass mich raten, jetzt müssen wir gehen von den Anträgen. Fragezeichen. Es gibt da etwas, das ich mir schon seit wir uns erinnern frage. Na, jetzt klassen Sie schon wieder. Der Blutbrand kann euch nichts anhaben, da ihr Magie in euch tragt. Das habe ich verstanden. Aber wie steht es um die restlichen Zwerge? Mir ist zu Ohren gekommen, dass auch Orks am Blutbrand leiden. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich war schon sehr lange nicht mehr in Windwall. Wie kommt's? Äh, lassen wir das Thema. Oh, äh, klar. Verzeiht. Keine Ursache. Die wollen ja was quatschen. So, hier, Quatsch. Funara Yugansa, Zawayetu Kwanlar. Gut, was jetzt ist, Grimm? Könnt ihr ihn zu dieser Barriere befragen? Ja. Ähm. Wurzan, Devlar. Zawayetu Zwan Yaras. Gwon. Van Drax. Wurzan, äh, Devlar. Funara Yugansla. Zawayetu Kwanlar. Zanzvu. Namyankesnai. Devlar. Oh, interessant. Und? Es ist kompliziert. Aber ich glaube, ich verstehe es jetzt. Er ist sozusagen Teil eines Verteidigungsmechanismus. Seine Seele ist an die Stadt gebunden, mit dem Befehl, sie zu beschützen. Und ich glaube, er möchte befreit werden. Mhm. Wenn er hier als Räuchter eingesetzt ist, warum hat er uns da nicht angegriffen? Weiß er, wie die Forma starben? Wann wir freien, wird das dann die Barriere zerstören? Wenn er hier ist, um diesen Ort zu beschützen, warum hat er uns da nicht angegriffen? Gute Frage. Vielleicht ist die Magie, die ihn kontrolliert, innerhalb der Jahrhunderte schwächer geworden. Aha. Ja. Das macht seine Existenz nicht weniger außergewöhnlich. Äh. Hm. Und wenn wir ihn befreien, wird das dann die Barriere zerstören? Ihr alleine nicht. Es gibt drei seiner Art hier in Mulandir. Und wenn wir den Nexus betreten wollen, müssen wir sie wohl alle drei bannen. Und wie? Wie können wir sie befreien? Tja, das ist das Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir ihn bekämpfen und, naja, töten. Das ist der einzige Weg. Was habe ich gesagt? Verdammt. Das ist so ironisch. Wir sind die ersten fühlenden Wesen seit Jahrtausenden, die diese Stadt betreten. Und jetzt sollen wir Forma ermorden. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Außerdem scheinen diese Geister nicht gerade glücklich mit ihrem Zustand zu sein. Ich wäre es zumindest nicht, wenn ich seit Jahrtausenden als lebender Toter dazu verdammt wäre, durch eine verlassene Stadt zu wandern. Ja. Vermutlich. Angriff auf Geist, es tut mir leid. Es tut mir leid. Salaam Kahl. Mag, mag, mag. Hey. Ja, gut, okay. Der scheint doch machbar zu sein. Wir gehen immer auf den Zwerg direkt, ne? Turmschild. Verstärkte, schwere Ketten. Hey. Huch. Unsere Rune auf den Gottstein. Das könnte die Verbindung... Was sollen wir? Was, was? Prägt unsere Rune auf den Gottstein? Ja, dann hau mal ab da, vor du stirbst. Präge da, präge. Ah, ich... Du stirbst uns wieder. Sicher doch. Da. Runen-Scherbe. Runen-Scherbe. Eine Art Scherbe. Moment. Taha, diese Rune, die LeCain euch gegeben hat. Könntet ihr sie mir nochmal zeigen? Sicher. Interessant. Sie ähneln einander. Was? Wie ist das möglich? Gute Frage. Ich schlage vor, wir sehen uns das Ganze später näher an, wenn wir ein Nexus sind. Jetzt kommt. Ich will dieses sinnlose Gemetzel so weit wie möglich hinter mich bringen. So, wie ist denn der Lebensregeneration? Die ist ja... ...fällig für den Arsch. Okay, gehen wir zum nächsten. Äh... Hier war der Nächste. Alles klar. Gut. F5. Der hat Feuer. Warte mal. Ah, da wird angezeigt, welche Resistenz er hat. Eis. Weiße. Feuer. Resistenz. Woher geht's? Gibt den erstmal Schlag damit und einen Schuss hiermit. Hallo? Jawoll. Ach komm, Alter, das ist... Wie ist der Plan? Junge. Ja, natürlich. Instant. Wieder der Zwerg hier. Ah, steh auf. So, jetzt schnell die Rune. Noch zwei Geister übrig. So. Ah, sowas Blödes. Mir fällt gerade ein, wir hätten ja mal gucken können, ob der noch... Ach so, hat er okay. Wieder schwächter Stahl. So, der Nächste pimmelt da rum. Dann gehen wir mal da hin. Bisschen konnte ich die auch nicht übernehmen. Aha. Oh, da müssen wir ja einen Trunk nehmen. Oh, ja. Jawoll. Hm. Feuerresistenz gar nicht. Ich weiß, das ist ja schwarze. Okay, dann... Feuer da rein. Ja, Plan. Ach, das ist schon wieder aus. Ei, 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 ei. Ah, bleib mal hier. So. Ausgerutscht. Fuck. Steh auf. Na, sieh mal einer. Noch eine Seele zu rennen. Okay, puh, Schwenker. Interessant. Er wollte gerade wieder aufstehen hier. Gefüttert, Robe. Schöpfer, Gilde. Hups. Wie ist der Plan? Äh. Mal sehen. Oh, jetzt bleibt er aber weg. Okay. Äh. Okay, der letzte. Der letzte ist dort. F5. Der hat ein paar Tote um sich rum. Der hat ein paar Tote um sich rum. Ah, die sind so heftig, Mann. 290. 390. Ich glaube, da ist das Beste. Äh. Äh. Jawoll. Warte mal, bis hier die wieder. Jetzt. Attacke. Attacke. Äh. das hat mich verklickt so eine scheiße jetzt habe ich mich mal übertrieben verklickt scheiße mann wer greift doch nicht immer an alter heilung heilung und keine mahner mehr nichts wir müssen jetzt so platt machen das wird nix oder wird nix so eine scheiße ich hoffe der sack heilt sich da nicht in aller ruhe klingt gut gut ein da hoch sicher doch weg weg kommt ihr blöden kackzombies sicher doch angreifen wird schießt klingt gut klingt gut aktivieren 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 einnehmen habt ihr das gehört ja etwas hat sich geändert kommt wir sehen uns die barriere noch mal an nur dachi beikennig war auch eine geburt hier das hat funktioniert und ich hatte mich schon darauf eingestellt dass uns die ganze stadt um die ohren fliegt wir sollten moment hört ihr das das aber jetzt nicht fair weg lauf lauf alter also sonst hast du keine probleme oder was nein 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 können wir nicht retten können wir nicht retten das ist ja es sind alle einmal strom bisher in dem spiel worum geht es ja machen jetzt erst mal speichern wir müssen wir mal den golem angucken gucken wir dafür resistenz resistenzen hat da lang was er denn da ist er war ja okay also wucht resistenz roch und wucht waffen kann ich eventuell sicher doch klingt gut mann wo willst du hin du blöde kuh schieß doch auf den da einfach da bist du denn total gut behindert okay mach mal den hier jetzt kommt sie jetzt kommt da jetzt kommt da jetzt jetzt eventuell jetzt sie jetzt sie jetzt könnte es eventuell jetzt schieß doch schieß doch oh ja weg weg vielleicht blutung blutung läuft wieder damit können wir dann eventuell wieder oh ja das ist ja die super geheimwaffe hier alter also mit diesem schuss kriegen wir ja anscheinend alle du gehen kaputt oder wird es wird auf jeden fall den als nächstes irgendwie ein bisschen level schütteln der hat jetzt noch 1841 leben na was hast du denn davor nein da heilt sich die sau nicht heilen fuck weg 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 und du da hin gut wie ist der plan na dann klingt gut ich habe keine sicher doch sicher doch ja wie ist der plan klingt gut das zu heilen ist doch mega kacke das ist ja mega schlecht und keine richtige pause menü hier oder wird da 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 schnell 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 weil sie eingehen geht nein er macht es glaube ich schon ne ja 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 jetzt ziehen wir alle wieder zurück also wie ist denn macht euch bereit also ich habe schon eine idee wie wir den platt kriegen klingt gut immer wenn er denn sich selber heilen will ja müssen wir ihn direkt attackieren ja gut gehen wir es an jetzt werden man da trank echt mega von vorteil ob jetzt jetzt attacke attacke das ding ist riesig okay Okay. Rückzug. Äh. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Ja, in Ordnung. Also, wie ist der Plan? Klingt gut. Gut. Nein. Klingt gut. Da lang? Sicher. Hattet ihr Fecht hier? Vor allem krasse Formelei-Arbeit hier. Micromanagement auf höchster Ebene hier. Nein. Klingt gut. Wie ist der Plan? Gut. Er will sich heilen. Er will sich heilen. Los. Wir sollten weiter. Oh. Okay. Er liegt jetzt. Da ist noch ein bisschen Loot. Vielleicht was ganz, 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 ganz tolles. Nee. Belebungstrank. Äh. Ey, da ist jetzt irgendwas. Da lang? Achso, ich wollte gerade sagen, Alter. Zerstört den Forma-Golem. Habe ich doch gemacht. Alles klar. Aber jetzt ihn verledigt. Verdammte Röster. Ja, haben wir. Gut, alles klar. Perfektes Timing. Genauso um eine halbe Stunde wieder die Folge. Ich mache dann jetzt hier Schluss und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.